Musik Meine Einschießfrage ist ja, welchen Ort in Heidelberg mögen Sie besonders gerne? Also ich glaube, für mich ist die Theodor-Heuss-Brücke ein sehr schöner Platz, wenn ich morgens mit dem Fahrrad zum Institut fahre. Das Institut liegt ja in der Altstadt, ich wohne hier in Handschuhsheim. Dann fahre ich über die Brücke, sehe das Schloss, die Altstadt, die alte Brücke, die Neuenheimer Villen, den Neckar. Manchmal liegt das im Nebel und das sind zauberhafte Sichten. Musik Das war auch ganz cool. Das ist aber nicht vom Germanistischen, das sind die Romanisten, wo Sie gewesen sind. Das hört sich nach Romanisten an. Die Germanisten haben auch einen sehr schönen Ruf, den kennen Sie anscheinend noch nicht. Der ist hinten am Karlsplatz. Der ist noch ein anderer Platz. Ja, das muss man erkunden. Es gibt viele schöne Plätze in Heidelberg und ich finde, das ist ja in der Altstadt einfach ein historisch aufgeladenes Örtchen, wo viele Größen aus den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen früher gewerkelt haben und heute natürlich auch noch zu sehen sind. Wenn Sie aufmerksam über die Hauptstraße laufen, sehen Sie vielleicht den ein oder anderen interessanten Zeitgenossen, den man sonst nur im Fernsehen sieht. Ja, stimmt. Ist auch nett. Aber ich glaube, Sie haben andere Themen mit mir vorzubesprechen, als nur die Schönheiten von Heidelberg hierzu auszuleuchten. Die sollen wahrscheinlich uns nur ein bisschen aufwärmen und das Warming-up möglich machen. Auf jeden Fall. Und zwar habe ich so die Fragen, die ich jetzt so mitgebracht habe und vorbereitet habe, das sind vor allen Dingen Fragen, die mich halt auch sehr interessieren und die auch viel mit dem Psychologiestudium zu tun haben, beziehungsweise auch mit der Geschichte des Psychologiestudiums. Und deswegen werde ich auch so ein bisschen halt so von der Vergangenheit zur Gegenwart bis zur Zukunft gehen. Und meine erste Frage zur Vergangenheit ist, was ist Ihrer Meinung nach der größte Unterschied zwischen dem Psychologiestudium heute und dem früher? Ja, also das ist wirklich, es war eine gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht, als Sie die formuliert haben. Und für mich ist der größte Unterschied heute die Verfügbarkeit von Informationen in der digitalen Welt. Und das hat damit zu tun, als ich als Student anfing, musste ich in die Bibliothek gehen und große Zettelkästen durchwühlen auf der Suche nach interessanter Literatur. Ich musste Psychological Abstracts lesen und dann per Fernleihe mir Zeitschriftenartikel bestellen, die ich interessant fand. Heute können Sie auf Knopfdruck Millionen Artikel aus allen möglichen Jahrzehnten, vor allem natürlich aus der Neuzeit abrufen, aber auch historische Artikel. Das ist einfach unglaublich, was da heute möglich ist. Das ist auf der einen Seite ganz toll, auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch ein Fluch für Sie, weil Sie so viele Möglichkeiten haben und gar nicht wissen, wo sollen Sie anfangen. Für mich war damals jedes kleine Stückchen an Informationen, jeder Artikel, der von der Fernleihe irgendwie von einer anderen Bibliothek zugeschickt wurde, da bin ich lange Wege gelaufen, nur um irgendwie drei Seiten von einer schlechten Fotokopie zu entziffern und zu sehen, was irgendjemand in den USA geschrieben hat. Das war damals anders. Und es gab natürlich keine Computer, um irgendwelche Statistikberechnungen durchzuführen. Das höchste der Gefühle war für mich damals ein Texas Instrument Taschenrechner TI-59. Der war sogar programmierbar. Das muss man sich mal vorstellen. Programmierbarer Taschenrechner. Und da konnte ich einen Mittelwert berechnen. Das sind alles Dinge, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wenn ich den nochmal nachprüfen wollte, musste ich nochmal ran und musste nochmal alle Rohdaten eingeben. Das war eine ganz andere Situation. Faktoranalyse oder solche Multilevel-Geschichten, wie Sie sie heute machen, völlig unvorstellbar. Das geht nur mit technischer Hilfe. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, da hat sich ganz viel gewandelt, ob zum Besseren. Die Verfügbarkeit ist für mich heute großartig. Ich liebe das, dass ich an Literatur herankomme. Ich ärgere mich oft, dass dann irgendwelche finanziellen Schwellen aufgebaut werden. Wenn du diesen Artikel haben willst, musst du 30 Dollar bezahlen. Aber Sie kennen ja auch alle unsere schwarzen Kanäle, wie wir auch kostenlos an solche teuren Artikel drankommen können. Das hat sich inzwischen doch ein bisschen verändert. Tja, Kapieren geht über Kopieren, habe ich mir noch notiert. Das ist auch ein Spruch, den Sie wahrscheinlich heute noch kennen. Und in den 70er Jahren war das unser modernstes technisches Gerät, der Kopierer. Und alles musste kopiert werden. Jedes Fützelchen wurde sofort kopiert. Und wir haben damals immer gelächelt über die Studierenden, die ganz viel am Kopierer standen, anstatt zu lesen. Ja, auf jeden Fall. Und auch das, was Sie gesagt haben mit dieser Riesenmenge an Artikeln. Ich weiß noch, als ich meinen ersten so richtigen Hausarbeit so geschrieben habe für Pädagogisch-Psychologie, das ist ja das erste Mal, dass man so richtig dann auch selber sich alles erarbeiten muss. Und am Anfang war ich auch echt überfordert, weil man dann ja einfach so viele Sachen hat, die man lesen kann, auch theoretisch, und gar nicht die Zeit hat, alles zu lesen. Das geht gar nicht. Genau. Ja, dann die zweite Frage. Welche Inhalte des Studiums waren früher mehr vertreten? Da sind Sie ja schon jetzt so ein bisschen drauf eingegangen, dass Statistik eben nicht so, einfach dadurch, dass es die technischen Möglichkeiten nicht gab, gar nicht so viel vertreten war. Aber ist Ihnen da doch was anderes aufgefallen? Naja, ich meine, das mit der Statistik finde ich nicht ganz unwichtig, weil das ändert ja unseren Fokus ein bisschen. Weg von den Theorien, mit denen wir uns früher zum Beispiel intensiver beschäftigt haben, weil wir einfach keine Statistik machen konnten. Und heute reden wir als erstes über die statistischen Verfahren und die Theorie fällt ein bisschen hinten runter. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Und das ist für mich einer der Punkte, wo ich denke, das hat sich deutlich gewandelt. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Wandlung ist, aber so geht die Zeit. Und ich glaube, ich kann da auch nicht gegensteuern. Das ist nicht aufhaltbar. Es ist ja auch toll, diese ganzen Instrumente zu haben, dass wir heute mit der R-Software eine kostenlose Statistik-Software haben. Es gab ja Übergangszeiten, da musste man teures Geld bezahlen für SPSS-Lizenzen und für andere Sachen. Das hat sich auch heute ein bisschen gewandelt. Und heute haben Sie super Tools für Umme, für kostenlose Nutzung. Das finde ich einfach schon großartig. Und man kann Hilfe in die anonyme Internetwelt rausrufen und sagen, ich kriege hier was nicht gelöst, kann mir jemand helfen. Und Sie finden meist jemanden, der hilft. Auch das ist großartig. Davon konnte ich in den 70er-Jahren nur träumen. Davon habe ich nicht geträumt. Okay, die dritte Frage. Was würden Sie Ihrem damaligen studentischen Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben? Habe ich da noch so eine Frage ausgedacht quasi? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde, glaube ich, noch mehr als früher in Nachbarfächer hineinschauen. Ich glaube, wir machen heute einen großen Fehler, indem wir Sie ja einfach auf die Psychologie zu 100 Prozent einordnen. Und Sie haben dabei ganz wenig Gelegenheit, in Nachbarfächer hineinzuschauen. Und auch da passieren ja interessante Dinge, wenn wir in unsere Leitdisziplin, die Physik, gucken. Die stehen in einer theoretischen Krise, weil Sie haben super Theorien, aber kriegen die drei zentralen Theoriebausteine nicht unter ein Dach. Da sieht man schon, die Physik steckt in einer Sackgasse und vielleicht steckt die Psychologie auch in einer Sackgasse. Empfehlungen an mein jüngeres Ich. Also ich würde mehr in andere Fachkulturen hineinschauen. Und ich würde, das habe ich dann tatsächlich selbst auch gemacht, nicht zu früh die Uni verlassen. Ich habe nach 17 Semestern mein Diplom gemacht. Das war nicht zur Freude meiner Eltern, die mir jeden Monat damals 500 D-Mark überwiesen haben. Dafür bin ich Ihnen bis heute dankbar, dass Sie das gemacht haben. Aber ich würde heute vielleicht noch mehr lesen, als ich damals gelesen habe. Ich war damals ein fauler Student, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und vielleicht auch das, wir kommen ja auf das Thema Noten vielleicht noch zu sprechen. Ich bin bei der Prüfung zur Allgemeinen Psychologie 2, das war damals eine mündliche Vordiplom-Prüfung, bin ich durchgefallen bei der ersten Prüfung, habe eine 5 mir eingefangen. Und ich weiß noch, dass der Alexander von Aie ganz entsetzt war und sagte, Funke, das kannst du bestimmt besser. Und er hatte recht. Ich habe mich dann auf den Hosenboden gesetzt und nochmal nachgebessert. Das war eine schlechte Prüfung. Ich war vorher in Urlaub und hatte gedacht, ich kann im Urlaub auf Corfu ein bisschen lesen. Aber der Strand war so schön und die Bücher waren so langweilig, dass ich irgendwie dachte, naja, das kriege ich schon irgendwie hin. Das kriegte ich natürlich nicht hin. Das war ein Desaster. Und diese mündliche Prüfung, ich habe mich hinterher geschämt und habe mich dann hingesetzt und ganz viel gelernt. Und das würde ich meinem Ich allerdings auch raten, nimm dir die Zeit für den Urlaub und riskiere durchaus mal durch eine Prüfung durchzufallen. Das ist kein Weltuntergang. Und man kommt gestärkt aus diesen Katastrophen ja wieder heraus, weil man wird nur stärker und das bringt einen nicht um. Das ist total schön, das irgendwie so auch von Ihnen zu hören, weil aus meiner Perspektive Sie auch ein Professor einfach sind, der mir auch viel beigebracht hat. Ja, also Faulheit gehört natürlich auch dazu, weil ich glaube, wir müssen alle auch für die sogenannte Work-Life-Balance, so heißt es heute, sorgen. Und dafür muss man auch ein bisschen das Vergnügen, muss man Platz lassen für das Vergnügen und darf nicht nur engstirnig lesen. Ich sage lesen, 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 aber ich sollte auch sagen Party, 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 genauso. Das muss in einem guten Verhältnis stehen. Und lesen, lesen, lesen ist vielleicht ein bisschen sehr einseitig. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, also so ein bisschen die Leidenschaft oder auch diese Erfahrungen eben im Leben auch zu machen, die dazugehören, um auch vielleicht ein Stück weit Dinge besser zu verstehen, gerade in der Psychologie, Richtung Empathie auch einfach das nachvollziehen zu können irgendwie. Ja, sehe ich auch so. Und von daher ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man da so ein bisschen eine ausgewogene Mischung herstellt und eine Balance zwischen verschiedenen Anforderungen schafft. Das ist nicht leicht, aber das lernt man. Und man macht dabei Fehler und irgendwann schlägt das Pendel mal in die falsche Richtung. Okay, dann muss man gegensteuern. Ja, super. Dann würden wir jetzt ein bisschen in die derzeitige Situation gucken. Und Sie haben ja auch schon gesagt, so mit dem Notendurchschnitt. Das war schon wirklich ein großes Thema. Momentan wird ja auch der Notendurchschnitt für Psychologieabschlüsse halt immer besser. Und da die erste Frage, glauben Sie, das hat damit zu tun, dass das Psychologiestudium leichter geworden ist oder dass die Studierenden besser geworden sind oder dass es an der Noteninflation liegt? Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Noteninflation. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir allen unseren Studierenden natürlich etwas Gutes tun wollen. Nämlich wir wollen, dass sie gerne hinterher auch in den Master kommen. Und da wissen wir ja selbst, die Hürde ist hochgesetzt. Und das halte ich für ganz unklug. Da haben wir eine schlechte Konstruktion zu Wege gebracht. Noteninflation ist das eine. Das andere sind saugute Studierende. Wir kriegen the best, würde ich fast sagen. Ich gucke ab und zu in andere Fächer hinein. Und ich habe früher regelmäßig Lehrveranstaltungen mit den Ethnologen zusammen gemacht. Das ist eine ganz andere Truppe. Das sind ganz andere Studierende. Und ich glaube, wir haben schon exzeptionell engagierte und gute Studierende. Allein der Numus Clausus sorgt ja dafür, dass ganz viele Top-Personen bei uns landen. Und das macht es sicher auch schwieriger zu sagen, da machen wir eine Gleichverteilung drüber. Das ist nicht gleich verteilt. Das ist tatsächlich am linken Rand der Verteilung, wo die guten Noten liegen, da sind Häufungen. Das ist ganz klar. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ich glaube allerdings, dass das Nachlaufen nach guten Noten, dass das nicht gut ist. Und sie sollten aus innerer Überzeugung Dinge lernen und nicht, weil es da vielleicht am leichtesten ist, eine gute Note zu kriegen. Aber das fängt in der Schule ja schon an. Und ich glaube, wir setzen an der Uni nur fort, was in der Schule schon begonnen wurde. Von daher, schwierige Frage. Ich glaube, wir kriegen das Ruder auch nicht rumgedreht. Diese Noteninflation, mit der müssen wir leben. Und ob irgendwann mal ein harter Schnitt kommt, weiß ich nicht, ob das hilft. Ja, ich denke, es ist so ein bisschen die Frage. Ich habe auch hier im Wohnheim oder generell mit vielen Studenten aus anderen Fächern oder Studentinnen zu tun. Und da ist es natürlich schon so, dass die Psychologie so ein bisschen raussticht mit dem Notendruck als Fach. Einfach, weil da ja auch die Masterbewerbung dann im Endeffekt wieder dranhängt. Und da schließt jetzt quasi meine zweite Frage an. Und zwar, inwieweit dieser doch für die Psychologie quasi sehr hervorstechende Notendruck die Lehre beeinflusst. Und ob Sie das positiv oder negativ betrachten. Ich halte das nicht für gut. Sie wissen, dass in meiner Vorlesung Einführung in die Erkenntnistheorie der Essay, den Sie dort schreiben müssen, unbenotet bleibt. Und ich bin ein Fan von Bestanden, Nichtbestanden, Pass und Fail, wie das im Englischen heißt. Ich finde, das kann ich eher beurteilen, als zu sagen, das war jetzt ein Zweier-Essay oder ein Dreier- oder ein Vierer-Essay. Das sind sehr willkürliche Entscheidungen. Und ich glaube, da haben auch die Lehrenden natürlich Schwierigkeiten, faire Noten zu geben. Und im Zweifel macht man sich dann einfach und sagt, wir machen eine Eins. Da kann keine Beschwerde kommen. Da ist jeder zufrieden. Das ist ganz unglücklich. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Strategie ist für die Lehre. Wir wollen anspruchsvolle Lehre machen. Das ist, glaube ich, schon ein Ziel, auch in Ihrem Interesse. Und eine Lehre, die einfach nur gute Noten hervorbringt, ohne dass sie irgendwas vermittelt, die, finde ich, kann nicht gut sein. Ja, ich glaube auch, dass das Interesse und diese intrinsische Motivation, das ist halt schon ein großer Faktor ist. Das ist so, inwieweit diese Noten da vielleicht eher so als externer Anreiz gesehen werden nur. Und inwieweit das Studierende dann auch lernen, um zu lernen oder auch eine gute Note zu bekommen. Oder ist das quasi, ja, vielleicht auch beides manchmal hilfreich so? Ich weiß nicht. Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Ich glaube, dass wir mit dem Notendruck kein gutes Instrument zum Lernen in der Hand haben. Auf der anderen Seite brauchen wir die Noten für die Selektion. Das ist, glaube ich, unübersehbar. Und ja, ich kann darauf auch... Ja, da steckt halt das Problem dahinter mit den Masterplätzen einfach, ne? Genau. Dass wir zu wenig Masterplätze haben, genau. Es wäre ja völlig unproblematisch, wenn wir... Hallo? Ja. Es wäre... Jetzt sind Sie irgendwie verschwunden bei mir. Es wäre völlig, völlig unproblematisch, wenn wir sozusagen für alle Studierenden hinterher auch einen Masterplatz anbieten könnten. Aber das will der Gesetzgeber nicht. Und das ist für uns natürlich ganz schön schwierig. Weil woran machen wir fest, ob jemand weiter mitmachen darf oder nicht? Und da müssen wir ja irgendein Selektionskriterium ansetzen. Ja. Also von daher, das ist eine schwierige Situation. Ja. Okay, noch eine Frage, so ein bisschen zur derzeitigen Situation, die mich natürlich auch irgendwie interessiert. Und zwar die Frage, was macht für Sie einen guten Psychologiestudenten beziehungsweise eine gute Psychologiestudentin aus? Auch das ist eine ganz schwierige Frage. Ich finde, was einen guten Studenten ausmacht, hat für mich sehr viel damit zu tun, welche Motivationen liegt vor. Und ich wünsche mir eigentlich neugierige Geister, die kritisch denken und nicht um jeden Preis dem Mainstream folgen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben so viele Fische, die mit dem Strom schwimmen. Ich bin dankbar für jeden Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Und wie heißt es so schön, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom und die Lebendigen schwimmen gegen den Strom. Ja, das, ich wünsche mir, dass wir auch ein bisschen hinterfragen. Machen wir das wirklich richtig, wie wir es im Moment machen? Ich glaube, es läuft so viel falsch. Und das kriegen wir nicht hin, wenn wir alle nur dem Mainstream nachlaufen, sondern wenn wir ab und zu mal kritische Fragen stellen und sagen, geht es nicht vielleicht auch noch anders? Und es geht meist anders. Also von daher ist das, glaube ich, auch eine ganz wichtige Entscheidung. Will man sozusagen einfach nur mit dem normalen Business mitschwimmen, so schnell wie möglich sein Zertifikat kriegen und dann irgendwo eine eigene Praxis aufmachen oder was immer das Fernziel des Studiums ist? Oder möchte man die Wissenschaft wirklich ein Stück vorantreiben? Und ich wünsche mir natürlich Studierende, die auch an der Zukunft unserer Wissenschaft mitarbeiten. Das ist ein lebendiger Prozess und das entscheidet nicht eine einzelne Person, sondern das ist eine ganze Community. Und je mehr Leute wir gewinnen können, die uns helfen beim Mitnachdenken über die richtige Zukunft, umso besser. Und da brauchen wir alle möglichen Personen. Das kann nicht eine Einzelne entscheiden. Wir gehen morgen in die und die Richtung, sondern das muss Konsens, das müssen wir aushandeln, das müssen wir diskutieren. Es gibt ja auch viele Psychologiestudierende, die jetzt nicht in die Wissenschaft oder so gehen. Würden Sie sagen, dass eine gute Psychologiestudentin oder Student, der nachher auch quasi ein guter Therapeut oder Therapeutin wird? Oder wie hängt das zusammen, würden Sie sagen? Ich glaube, dass eine gute wissenschaftliche Ausbildung auch für eine Therapieausbildung sehr hilfreich ist. Wir sagen ja immer, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Und wenn Sie zum Beispiel gute Methodenkenntnisse haben und in der Lage sind, wissenschaftliche Artikel zu lesen und zu bewerten und sich nicht ein X für ein U vormachen lassen, dann werden Sie auch in 30 Jahren in Ihren Praxisräumen, wenn Sie neue Artikel über Therapieverfahren, die dann entworfen werden, wenn Sie die beurteilen können, dann haben Sie etwas, wovon Sie lange zehren können. Und von daher glaube ich, ist diese Gegenüberstellung entweder für die Praxis lernen oder für die Wissenschaft lernen, das halte ich für einen falschen Gegensatz. Es landen manche in der Praxis, das ist keine Frage, die haben vielleicht kein großes Interesse an der wissenschaftlichen Weiterentwicklung. Umgekehrt, wenn Sie in der Wissenschaft bleiben wollen, dann müssen Sie sich intensiv mit unseren Theorien und mit unseren Methoden beschäftigen. Anders geht das gar nicht. Das ist ja dann die Frage, ob man das an der Fachhochschule vielleicht besser platziert. Das ist ja von einigen Kollegen vorgeschlagen worden. Wir machen ja im Moment eine Klinifizierung des Studiengangs durch, dass wir mit der Einrichtung des Approbationsstudiengangs, ich weiß gar nicht, ob Sie in den Genuss kommen werden. Das sind der erste Jahrgang quasi. Sie sind der erste Jahrgang, genau. Sie werden das Glück haben, dass Sie gleich mit Ihrem Masterabschluss eine Approbation in die Hand gedrückt bekommen können. Das ist natürlich auf der einen Seite ganz toll, weil Sie die Approbationsprüfung sicher ersparen. Auf der anderen Seite richten wir vom ersten Semester an das Studium auf klinische Inhalte. Die Erkenntnistheorie ist dafür geopfert worden. Sie wissen, das ist in meinen Augen ein hoher Preis, den wir dafür gezahlt haben, dass wir die Klinifizierung des Studiums vorantreiben und Ihnen die nötigen Credit Points, die wir für die Approbationsprüfung brauchen, ermöglichen. Da sind nicht alle mit glücklich. Das ist einfach so. Trotzdem finde ich das eine gute Entwicklung, weil wir sind endlich auf einem Weg parallel zur Medizin. Wir waren ja lange Zeit nur Hilfskräfte für die Medizin und jetzt haben wir zum ersten Mal Parallelen und es wird auch nach dem Ende Ihres Studiums für Sie erstmal nicht in eine Situation kommen, wo Sie die nächsten paar Jahre zuzahlen müssen, wenn Sie eine Therapieausbildung machen, sondern wo Sie vielleicht anständig honoriert werden. Das hat der Gesetzgeber jedenfalls vorgesehen. Also von daher, ich will das gar nicht runterreden, aber ich will nur klar machen, wir zahlen einen Preis dafür. Und dieser Preis, den zahlen leider die Grundlagenfächer in meinen Augen. Und es ist alles ausgerichtet auf die klinische Psychologie. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade, weil unser Fach, nach meinem Verständnis, hat so viele Anwendungsseiten. Das schließt ja auch gut an das an, was wir vorhin gesagt haben, so mit einer guten Psychologiestudentin und einer guten Therapeutin, schließt ja auch so ein bisschen an die Frage an, was braucht man denn als Therapeutin. Und da sind vielleicht gerade erkennenstheoretische Sachen. Also auch wichtig, einfach verschiedene Zugänge zu kennen, die wir haben. Und da, also ich finde das sehr, sehr schade. Also wie gesagt, ich bin ja in dem neuen Studiengang. Sie haben das Glück, Sie haben noch beides gehabt. Sie kriegen sozusagen von beidem etwas. Ja, genau. Ja, und wie gesagt, man kann sich ja auch von anderen Fächern dann selber noch natürlich da einfach irgendwo reinsetzen oder sich Dinge anlesen und sowas. Aber ich denke schon, dass es auch für einen Therapeutin und Therapeut wichtig ist, unterschiedliche Zugänge zu kennen. Auf jeden Fall. Ja, deswegen, ich finde es sehr schade, dass die ihr raushält, auf jeden Fall. Ja, es ist der Gang der Dinge und dem braucht man nicht nachweinen. Es gehen immer irgendwelche Sachen verloren und andere kommen hinzu. Und wir hoffen mal, dass die hinzukommenden Dinge gute Wirkung zeigen. Und von daher, ja, ich muss jetzt nicht weinen. Ja, okay. Genau, das hat ja eigentlich schon so eine Frage der Zukunft quasi beantwortet. Also gerade mit diesem polyvalenten Bachelor interessiert mich das natürlich schon, weil das einfach eine sehr, sehr aktuelle Veränderung einfach ist, die auch viele zukünftige, ja, ich glaube, vielleicht ein Stück weit Umschwünge mit sich bringen wird. Also man merkt es schon bei uns im Plan oder so, welche Dinge sich dann wie verändern oder so. Und es gibt vor allem Dinge, die ich total begrüße, wo ich denke, wow, cool, dass wir das jetzt machen. Es gibt auch Dinge, wie gesagt, also die Erkenntnis hier hatte ich ja noch, aber hätte ich sie nicht gekannt, hätte ich sie vielleicht gar nicht vermisst. Aber genau, dafür auf jeden Fall, ja, mal schauen, wo es so hingeht und wie sich das Studium dann so entwickelt. Und auch der Master, der ist ja auch noch nicht, gar nicht ganz. Genau. Und wir müssen natürlich fragen, ist die Hinwendung zur klinischen Psychologie, die im Moment ja die Dreiviertel unserer Studierenden anstreben, ist das wirklich sinnvoll? Brauchen wir nicht eigentlich Umweltpsychologie in viel höherem Maße angesichts von Climate Change und Climate Crisis? Ja, da frage ich mich manchmal, wenn wir nur therapieren, dann, wir müssen ja eigentlich an den Symptomen ansetzen. Wir müssen gesellschaftlich eigentlich besser vorankommen, dass wir gar nicht so viele Psychotherapeuten brauchen. Wir könnten ja einfach sagen, es ist schön und gut, dass wir jetzt so viele Psychotherapeuten ausbilden, aber wofür brauchen wir sie eigentlich? Und warum ist die Gesellschaft so konstruiert, dass viele Menschen in einer Depression landen? Das ist eine der häufigsten psychischen Störungen für unsere Zeitgenossen. Und das ist kein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft. Also da bin ich manchmal entsetzt und denke, müssen die Psychologen das jetzt ausbaden, dass wir irgendwie schlechte Strukturen etabliert haben? Und müssen wir nicht an den Strukturen ansetzen? Müssen wir nicht viel fundamentaler den Menschen und seine Verhältnisse ändern? Aber damit kommen wir in politische Fahrwasser, die wir jetzt hier nicht aufmachen sollten. Aber auch in der Psychologie kann man natürlich über Politik reden. Und gerade Umwelt, finde ich, ist ein heißes Thema, weil wir ja sehen, in Deutschland ist die Umweltpsychologie auf einem ganz niedrigen Level. Und hat sie das wirklich verdient? Ist die klinische Psychologie so viel wichtiger? Wobei die auch ja total zusammenhängen. Also ich habe auch ein Webinar zum Umweltpsychologie gehabt dieses Semester. Und das war auch so, das hängt ja auch voll miteinander zusammen. Natürlich. Und die Prävalenzen beispielsweise von psychischen Krankheiten auch. Ja, ja. Und ja, das ist ein spannendes Thema, wie die Dinge auch zusammenhängen. Genau. Vielleicht ist die Hinwendung zur klinischen Psychologie sogar in der Lage, die Türe zur Umweltpsychologie zu öffnen. Das wäre natürlich großartig. Und vielleicht ist die Hinwendung zur klinischen Psychologie auch eine, die die Erfordernisse der theoretischen Psychologie nochmal unterstreicht. Dass wir vielleicht sehen, dass wir gute klinische Psychologie nur machen können mit guten Theorien. Und das fängt ja schon bei Diagnosesystemen und Ähnlichem an. Da gibt es so viele Ansatzpunkte, wo ich glaube, da muss man nochmal gründlich drüber nachdenken, ob die gegenwärtige Praxis wirklich das Gelbe vom Ei ist und ob wir da alles richtig machen. Das glaube ich nicht. Wunderbar. Kommen wir zur letzten Frage. Ich glaube, die wurde auch schon so eigentlich einigermaßen angeschnitten. Auf jeden Fall viele Punkte davon. Aber nochmal konkret. Die Frage ist ja, was denken Sie, wo sollte sich die psychologische Forschung in Zukunft hin entwickeln? Jetzt wurde genannt, was für so die Umweltpsychologie. Aber fällt Ihnen da noch was anderes ein? Oder ist das so der Punkt, den Sie sehen in der Zukunft? Also ich würde viel fundamentaler eigentlich ansetzen. Für mich ist, ich bereite gerade einen Vortrag für den Herbst vor. Wir wollen bei uns im Innenhof des Psychologischen Instituts eine Büste aufstellen für Wilhelm Wund. Sie kennen Wilhelm Wund, den Gründer der modernen naturwissenschaftlichen Psychologie. Er hat in Leipzig 1879 sein erstes psychologisches Laboratorium gegründet. Er hat seine Ausbildung in Heidelberg genossen. Und die Leipziger sahen in allen Ruhm für Wilhelm Wund ein. Die Heidelberger haben bislang noch nicht mal irgendwo eine Gedenktafel für Wilhelm Wund. Und wir haben jetzt beschlossen, wir werden eine Wundbüste bei uns im Innenhof aufstellen. Der hat hier in der Hauptstraße bei Helmholtz ja studiert, war Assistent lange Jahre. Die Uni Heidelberg hat eben so schlechten Vertrag angeboten, dass er lieber nach Leipzig weggegangen ist und dort gut ausgestattet wurde, als dass er hier länger als außerplanmäßiger Professor in Heidelberg bleibt. Wilhelm Wund hat damals, weil er bei den Physikern gelernt hat, die Psychologie nach dem Vorbild der Physik geschaffen und uns gesagt, wir müssen die Atome des Psychischen suchen. Atomphysik war damals der letzte Schrei in der Physik. Und Wund hat gesagt, die sind so erfolgreich. Wir kopieren das Beispiel der Physik und übertragen das auf die Psychologie und suchen nach den Atomen des Psychischen. Die elementaristische Psychologie, die er damit begründet hatte. Ich halte das für einen großen Irrtum und glaube, wir sind durch ihn auf einen falschen Weg geschickt worden. Nämlich nach dem Vorbild der Physik, Wiederholbarkeit war für Wund eines der wichtigsten Kriterien eines Experiments. Die Physiker haben mit ihrer naturwissenschaftlichen experimentellen Methode gezeigt, Wenn ich Phänomene wiederholt zeigen kann, dann mache ich gute Wissenschaft. Und Wund hat gesagt, das müssen wir auch im psychologischen Laboratorium. Aber trifft das für den Menschen wirklich zu? Oder ist das nicht nur für tote Materie? Wenn Sie mir einen Witz erzählen, kann ich beim ersten Mal wahrscheinlich herzlich darüber lachen, wenn es ein guter Witz ist. Aber schon beim zweiten Mal friert mir das Lächeln ein bisschen ein. Und beim dritten oder vierten Mal, wenn Sie den nochmal erzählen und replizieren wollen, ob Sie mein Lachen replizieren können, werden Sie merken, der Funke lacht nicht mehr. Der wird jetzt sogar ärgerlich. Was passiert da eigentlich? Ich bin keine tote Materie. Ich bin kein Stein, mit dem Sie zehnmal ein Experiment durchführen können. Wir lassen zehnmal den Stein fallen und zehnmal fällt er genau in der gleichen Weise. Menschen sind historische Wesen. Historizität, sagt der Alexander Wendt immer so schön. Ja, Historizität, das ist für mich ein Merkmal. Das hat die Physik überhaupt nicht. Der Stein hat, natürlich hat er eine Geschichte, aber die Geschichte spielt in dem Moment, wo ich mit ihm experimentiere, keine Rolle mehr. Bei uns Menschen ist die Geschichte in jeder Minute wirksam. Und deswegen, wenn Sie mir dreimal denselben Witze erzählen, ist mein Gelächter, was Sie messen, deutlich unterschiedlich. Und das ist nicht replizierbar. Ja, gut, was Wundt. Also wir haben auch so ein bisschen über Wundt gesprochen und so. Der hat ja auch viel mehr gemacht als quasi nur dieses Labor. Der hat ja so wirklich ganz ausführlich die Psychologie an sich beschrieben und gesagt, warum es quasi eine eigene Disziplin ist. Ja, ja. Nein, ich will die Vorteile von Wundt gar nicht geringschätzen. Ich will nur sagen, hätte er damals schon Charles Darwin gekannt, hätte er uns vielleicht nach dem Vorbild der Biologie empfohlen zu forschen. Die Biologie ist, finde ich, viel besser geeignet. Die Biologie, das sind lebendige Wesen, mit denen die Biologen zu tun haben. Und diese Lebendigkeit, die ist für uns doch eigentlich viel wichtiger als die tote Materie der Physik. Das sind lebendige Wesen, die Biologie spricht von Ökosystemen. Wir haben heute einen systemischen Ansatz, auch in der klinischen Psychologie übrigens. Ja, dass wir sehen, Menschen sind nicht isoliert, sondern sind in Systemen integriert. Und wir müssen die Systeme betrachten, die vielleicht krank machen. Ja, und das wäre nach dem Vorbild der Biologie viel leichter möglich. Ich glaube, wir haben mit dem mechanistischen Modell der Physik kein gutes Vorbild genommen und sollten lieber den Weg, wir können ihn ja immer noch ändern, in Richtung auf biologische Punkte gehen. In uns steckt ja ganz viel Evolution. Wir sind vom Tier, wir stammen vom Affen ab. Das hat Darwin sehr klar gezeigt. In uns steckt ein kleines Äffchen. Und dieses Äffchen, das kommt manchmal zum Tragen. Und manchmal wird unser Verhalten vielleicht ein bisschen affenartig. Deswegen müssen wir unsere Herkunft auch, glaube ich, sehr genau kennen. Das ist der Unterschied zur Physik. Die braucht sich nicht zu kümmern um Affen oder sonstige evolutionäre Geschehnisse. Die haben ihre eigene Evolution, ich weiß das, aber die Biologen machen das ein klein bisschen anders. Und ich finde manchmal, wir könnten von den Biologen ganz viel abgucken. Und vielleicht würde unsere Theoriebildung auch ein bisschen anders aussehen, wenn wir statt auf diese Wiederholbarkeit immer zu starren und zu sagen, kann ich ein Phänomen replizieren. Die Physik kann das problemlos. In der Psychologie sollten wir vielleicht akzeptieren, dass wir bestimmte Phänomene nicht wiederholen können, sondern dass die einmalig sind. Der erste Lacher, den Sie beim Witz erzählen auslösen, der ist einmalig. Und diese Einmaligkeit ist doch was Großartiges. Lassen Sie uns die feiern und nicht versuchen, den Mittelwert aus zehn Lachern zu bilden und zu sagen, das ist die durchschnittliche Effektstärke einer so und so Witzerzählung. Das, finde ich, wäre erbärmlich. Das wäre keine gute Wissenschaft. Da setzen wir Statistik am falschen Ort ein. Aber von daher, ich lästere jetzt ein bisschen. Das ist spannend auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank übrigens auch. Also mir hilft das total. Und wie gesagt, es sind auch einfach Fragen, die mich total interessieren. Und auch E-Blickwinkel da drauf. Der Bereich hat mein Wissen auf jeden Fall oder meine Einstellung auch. Und ja, vielen, vielen Dank. Wir sind auch eigentlich schon am Ende. das Interesse. Das war's.